Joach, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop, es gibt einen neuen Skin und eine neue Spitzhacke. Habe ich mir auch direkt geholt, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer1Creator meinen Creator-Code eingeben würdet. ArianeFN, ist ganz einfach, geht mega schnell. Und ich habe gesehen, dass einfach über 60% meiner Zuschauer, also die meine Videos schauen, noch nicht mal mich abonniert haben. Also an alle, die es noch nicht gemacht haben, ihr könnt auf jeden Fall gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, jetzt komme ich mal zum Video. Ich habe heute gegen JetztAsiTV, kennen wahrscheinlich schon die meisten. Ich habe auch mit ihm schon ein paar Videos gedreht. Ich habe gegen ihn ein 1 gegen 1 gemacht, im kreativen Modus. Ja, ihr wisst vielleicht, er ist jetzt nicht der allerbeste Fortnite-Spieler, deshalb durfte er mit einer Ska und einer Pump spielen. Und ich habe mit dem Jagdgewehr und mit einer Diegel gespielt, also er hatte schon einen Vorteil. Ich würde sagen, schaut euch einfach an, los geht's. So, bist du bereit? Hallo? Ja, ich bin bereit. Willst du irgendwas spielen, V-Bucks oder so? Nein, Digga, egal, wir müssen nichts spielen. Okay, let's go. So, okay, welche Waffen willst du spielen? Welche soll ich spielen? Äh, ich will Ding, äh, hier, diese Ska und diese Pump spielen. Du? Ja, dann, ich spiele, ich spiele Diegel und Jagdgewehr, okay? Hä, meinst du gerade ernst? Ja. Hä, du bist verlieren, safe. Ne, mal gucken. Komm, was, okay, Bruder, wenn du meinst. Okay, machen wir, wer als erstes drei Kills macht? Ja, ja, direkt. Bist du bereit? Ja, ja. Drei, zwei, eins. Let's go. Obwohl Diegel ist schon gut. Oh! Nein. Nein. Du machst Spaß. Das hat doch gar nicht richtig angefangen. Nein, oder? Hey, ich habe, ich habe gerade gar nicht gecheckt, was passiert ist. Ich habe dich nicht mal richtig gesehen. Das war, das war ein Jagdgewehr, let's go. Okay, drei, zwei, eins. Eins, null für dich. Das war nicht mal zehn Sekunden, Alter. Aha, wo bist du? Ich habe dich schon runtergefallen. Achso. Okay. Oh, du bist da. Ja. Das schaffst du nicht. Das wirst du nicht überleben. Ja, glaube ich auch. Ist ja die Kiste da. Ja, meine Taktik. Verflickst du einen Zug in den? Ja. Du wirst du nicht, ich höre dich doch. Was? Ey, wenn ich jetzt verliere, Digga. Du musst nur noch 50 leben, oder? Ja. Nein. Könnte ich das nicht treffen. Knapp. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Was? Was? 2 zu 0. Daubst nicht. Äh, was ist los? Nicht. Spielst du mit Skarn Shotgun? Juge, sei mal leise jetzt. 3, 2, 1. Nein. Das ist dein Ernst. Hör doch auf, Knappitz. Darf ich auch mit Spitzhacke, oder? Da muss ich mit denen was. Laufst du auch. Warte. Oh. Was? Nein. Lass nicht bis 3, lass länger. Okay, bis 5. Bis 5. Ey, warte. Wie viel Kills hast du gerade? 0. Bis 5. 3, 2, 1. Also noch 2, ne? Ja, ich muss dich ja zweimal holen. Ja, rein. Lass mich raus. Oh, Alter. Oh. Halt still. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh, ich hab neun Leben. Also wenn ich dich jetzt holen würde, ne? Wüsste nicht, wüsste nicht, wüsste nicht, wüsste nicht. Wüsste nicht, wüsste nicht. Ja. Du hast mich halt so zerstört, ne? Ich hatte keine Chance. Ja, ja. Okay, wie viel jetzt? 3 zu 1? Ja, ja. 3 zu 1. Wartig muss noch in meinem Leben. Ja. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Mach keinen Fehler. Das? Was? Du kennst mich doch. Oh mein Gott. Wie du da runtergefallen bist. Ich bin nur runtergefallen und hab deswegen überlebt, Digga. Was? Du hast noch 20 Leben. Du hast gesagt, ich darf Spitzhacke benutzen. Ja, darfst du. Wehe, du machst es jetzt. Du alarmierst mich. Was? Oh mein Gott. Du machst gerade Trickshots. Das war... Hast du es gesehen? Was hab ich gemacht? Du hast dich gedreht. Ich mach mit 150 Leben weiter, okay? Okay. 4 zu 1. 4 zu 1. Oh. Nee, das können wir noch ändern. Das können wir noch ändern. Hier meine ich meine Waffe und mich. Was? Nein. Wo bist du? Ich muss den Dicksten Comeback geben. Ich muss den Dicksten Comeback geben. Hä? Hä? Ey, ich glaub mich, es ist der Haar. Aha. 4 zu 2. 4 zu 2. Hast du mich gerade absichtlich gewinnt lassen? Nein. Du hast einfach zu gut gespielt. Ja? Okay. Wollt ich schon sagen. Okay, komm. 3, 2, 1. Oh. Oh oh. Ja, ja. Verdammt noch mal. Halt still. Halt still. Nein. Ja. Oh. 4 zu 3 jetzt. 4 zu 3, Digger. Ich hab gesagt, ich hol auf. Ja. 4 zu 3. Du musst mich zweimal holen, ich dich einmal. War das 4 zu 2 oder 4 zu 3? 4 zu 3. 4 zu 3. Ah, okay, okay. 3, 2, 1. Alles jetzt. Ich hab doch mal, ich dachte, ich bin schlau genug. Was? Nein. Was? Junge. Das war ein Loskopf. Junge. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. 5 zu 3. Ich schwöre, ich hätte gewonnen. Ich bin so dumm. Willst du noch zum Abschluss ein episches Spitzhacken-Duell machen? Ja. Willst du? Okay, respawn kurz. Ich werde jetzt nicht so einen Kasten bauen, wo wir kämpfen, sondern wir werden ein ganz normales Baubettl machen. Ja, ja. Und uns mit der Hacke holen. Bist du bereit? Okay. 3, 2, 1. Machst du einen großen Fehler, mein Junge. Nein, du hast mir einen Hit mehr gegeben. Ja. Was machst du? Oh, Junge, ich hab dich nicht gesehen. Hä? Nein. Nein. Wie machst du? 40, noch zwei Schläge. Fuck, ey, scheiß. Ich hab Getränk aufgeschenkt. Also, dann würde ich sagen, das war es auch schon mit dem Video. Falls ihr mehr Videos mit ihm hier sehen wollt. Oh. Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal bei seinem Kanal vorbei. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Vielleicht nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.